Noch eine letzte Sache hier. Dieser Hadith geht ja um die Bid'a, richtig? Dieser Hadith handelt um die Bid'a. Aus diesem Hadith kann man entnehmen, dass eine Bid'a in der Scharia, damit sie als eine Bid'a gilt, dass da drei Dinge, drei Dinge müssen existieren. Drei Dinge müssen da existieren. Erst dann zählen wir sie als eine Bid'a. Und zwar Nummer eins, Al-Ihdath. Al-Ihdath heißt, dass sie tatsächlich, also hereingeführt ist, dass sie tatsächlich keine Grundlage hat. Und diese Grundlage muss nicht immer ein expliziter Text sein. Das können auch allgemeine Aussagen und Prinzipien oder Maxime und Qawaid der Scharia sein. Wie zum Beispiel Al-Masalih und Mursela. Al-Masalih und Mursela sind Nutzen, die der Scharia-Geber weder erlaubt noch verboten hat. Das nennt man Al-Masalih und Mursela. Wie zum Beispiel das Zusammensammeln des Korans, das Niederschreiben der Grammatik, das Veröffentlichen von Büchern. Ist das eine Bid'a? Der Prophet hat das nicht gemacht. Und er hat auch nicht befohlen, den Nahu aufzuschreiben. Aber es ist eine Maslaha. Und es entspricht, man kann es vereinbaren mit den allgemeinen Normen und Prinzipien der Scharia. Zweitens, es muss religionsbezogen sein. Es muss religionsbezogen sein. Warum? Er sagt, in unserer Sache. Was ist denn seine Sache? Die Dunya? Der Dinn, die Scharia, Al-Qawaniin, Al-Ibadat. Also es muss religionsbezogen sein. Wenn es nicht religionsbezogen ist, dann ist es keine Bid'a. Die dritte Sache, Allah yatawafak ma'al-Qawaid wa'al-Usul Das die Handlung nicht zu vereinbaren ist mit den Al-Qawaid und den Usul der Scharia. Das sind sehr pauschale Aussagen, was man darunter verstehen soll oder nicht. Das ist natürlich eine andere Sache, aber das können wir jetzt hier nicht behandeln.